Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar Super Mario Odyssey. So, so sagen wir, nehmen wir jetzt starten das Ganze hier. Und ja, ne? Warum nicht? So, im Himmel über dem Pilzpaller. Geht kräftig zur Sache. Das ist das Ende für dich. Das ist das Ende für mich. Ach, auch Zeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Das ist das Ende für mich. Das ist das Ende für mich. Und jetzt beginnen wir im Hutland. Oh, ich mag dieses. Ich mag die nicht, diese Welt. Das ist lame. Nehmen wir uns mal um. Was ich dir nicht schon kenne, ne? Ja, versohl mir doch, versohl mir doch den Hintern. Versohl mir doch den Hintern. Ja, schlag doch drauf. Werfling. Ey, hier geblieben. Bleib doch hier. Ich will meine Mütze zurück. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutums komme ich da bestimmt hin. Aber die Scherken des Ungeheuers versperren den Weg. Hm. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und Peach aus der Klemme helfen können. Oh, komm mal. Nicht so dein Stil. Wie wär's hiermit? Kappy ist jetzt dein Begleiter. Na, endlich. So ging es mir damals 2009, oder? Dann kam es raus 2017, ne? Oktober 2017. Ich habe es ja am ersten Tag gekauft, wie es rauskam. Und ja, ne? Ja. Ja. Ich bin stolz auf Day One besitzt, wenn man so sagen darf. Und direkt angefangen zu suchten. Ich hatte innerhalb weniger Tage schon gefühlt das Spiel durchgehabt. Aber jetzt, ich bin immer noch fleißig auf meinem eigenen Account, ähm, Mona am Sammeln. Und das wird nur jetzt so schnell fertig sein. Aber reden wir nicht viel jetzt hier über meinen anderen Account auf der Switch, wo ich ja die ganze Zeit zocke, sondern wir legen jetzt hier mal direkt los, ne? Würde ich mal sorgen. Weil, ja, ja. Ich habe ja geplant, das hier als Let's Play zu machen. Und das auch bis, so gut wie möglich bis zum Ende durchzuspielen. Und ich hoffe, da kommen einige Parts bei raus. Und das soll dann halt keine ewig langen Parts werden, wie von einer halben Stunde und mehr, wie bei Need for Speed, so. Sondern hier zwischen Viertelstunde und 20 Minuten, das sollte vollkommen ausreichen. Aber, wenn ich, wenn ich noch weiter da war, dann haben wir ja die voll jetzt. Legen wir mal los, ne? Oh, der will uns auf die Spitze des Turms bringen. Oh, mit dem, äh, warte mal. Oh, der ist doch ein wenig. Hier hat er wieder ein wenig. Oh, das ist doch. Da ist doch eine oder andere Stimme. Da war etwas – also ein bisschen. Ne? Da ist doch alles ein bisschen. Da ist doch kein Spiel. Ja? Ja, was schon wieder danach auseinandersetzt? Oh, das ist doch ein bisschen. Ah, wie geht das jetzt jetzt nicht? Na ja, hier die wunderschönen Plakate. Was steht da? A Royal Wedding. Eine royale Hochzeit. Geh weg damit. Er wird die niemals bekommen und das wird auch so sein. Also von mir stehen. Reisetipp Münzenstopp. Möchtest du einen Kissen stabil demolieren oder ein Fragezeichen? Ich möchte wiederholen bearbeiten. Drücke und halte ein Verrückter um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Deine Kopfbedeckung spät für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Ah, das kann ich auch umständlich machen. Ähm, die Brücke. Die Brücke. Ja. Ja, das kann ich auch umständlich machen. Niemand will hier meine Peach bekommen. Also ich. Ja. Es steht immer der Peach nicht rein. Ja, wo sind die Fräschli? 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 epische Verwandlung. Du hast einen Frosch gekapert. Ich schau. Du hast einen Fakt. Ich glaube es wird dein Fakt. Das hat einen Fakt. Ah, ich warst du Rang, dann. warum käme ich überhaupt noch irgendwo da hoch dann geh mal weiter durch hier rein kommen wir ja auf einen relativ verheiztland da da m m man hört schon die musik der brotler wir sind in der mittags für das kaskadenland und mannst uns mit dem schiff schiff der schiff hat er recht als er sagte ein schnummern der gesenne würde sich in unsere verbreitung erinnert Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brotlast unseres Zeichen-Zochzeitsplaner des glücklichen Paares Bowser und Peach. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher möchten wir allerdings noch diese stören Friede aus dem Weg räumen. Oh, oh. Nein, nein, nein. Leck mich. Fui, 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 fui. Hier. Moin. 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 Schäm dich. Warst du denn schon blatt? Feuerleben, ey. Alles klar. Oh. So. Los geht, beeindruckend. Jetzt kommen wir mithilfe der Leitung ins Kaskadenland. Kaskadenland. Fossilfälle. Und nachher ist Mario. Schneller als ein D-Zug. Oh. 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 BAM. In your face. čpster erster Power Mode. Ja, Amide. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in, in, exported an denischen � Telefon Kaskadenland geschafft ich bin noch ganz elektrisiert vom körper der stromleitung abgedreht das gefühl in dieser gegend soll sich ein altes luftschiff befinden los suchen wir hier soll sich auch einiges verstecken die 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 Schöpfe 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 Ein Mond! Yay! also dann kann man seinen ersten mutter gammeln oder ist die big mama wir haben einen mond einen power mond gefunden mit diesem power mond können wir unsere luftschiff antreiben hast du jemals so war so etwas gesehen da ist es genau hier nach haben wir gesucht es ist in einem schlechteren zustand als ich dachte nun ja es ist ja auch ein altes modell aber es fliegt bestimmt noch mal sehen ob wir es in gang bringen wirf mich einfach auf den globus dort da hast du es was sie rührt sich nicht ihr braucht ihr braucht wohl noch mehr energie meinst du es gibt hier noch einen weiteren mond der die gibt es hundertprozentig die 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 Oh mein Mensch, die... Oh, ne, oder? Nein! Da wird jedenfalls einer drin, das weiß ich. Ja, komm. Oh ja. Wir haben eine andere Woche. Eine Münzeige, klar. Jetzt weiß ich nicht, hier ist noch einer versteckt, das zeige ich. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. soo, Mond befunden! fehlen noch 3 guck mal mal den kleinen Freund da oben die Lieder die Lieder die Lieder und München die sind mein Leben äh die Lieder die Lieder Den wir schon in dem Trailer gesehen hat, ne? Das war's für mich. Ich habe die Kuppler gehalten. Ich habe die Kuppler gehalten. Ah, so vielleicht jetzt nicht gerade, aber... So, oh dear. I'm fine. Ich glaub den Schuss K.O. gemacht. Aber die Röhre... In die Röhre nicht gegen die Röhre. Immer denn halt. Na gut, heute wird mein Ausnahmepartner wird etwas länger. Jetzt will die Hollandseben freischalten. Was machen wir heute? Na komm jetzt Na, wird's gut Oh, ich glaube ich habe sein Versteck Und ein weiterer Mond So gehört sich Dann zurück jetzt Dann zurück Dann zurück na hallo mama Mama Brodler! Was? Du willst meine Bode? Oh mein, doofes altes Luftschiff reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meinen Mund doch nicht einfach an der Ecke laufende, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Ich glaube, was sagst du? Oh, PP! PP! Push! PP! In your pace! PP! 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 wenn er hat sie zu beruf aus Ist du ruhig? Aua, ne? Oh, mein Name ist geschehen! Oh! Ein Multimond für dich! Multimond hoch über dem Wasserfall! Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond! Diese kleinen Monde besitzen die Kraft reier Monde! Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg! Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können! Wirf mich auf den Globus! Seid Wunsch, dein Befehl! Om nom 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 nom! Uuuuh, it's magic! Tadaa! Die Odyssey ist funktionstüchtig! Na endlich, ne? Uh, jetzt können wir reisen gehen! Auf, auf und davon! Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen! Dann wollen wir mal, äh, meine Schwester und Peach retten! Hören auf! Möchtest du uns teuer? Ist ganz einfach! Wähle Wüstenland, drücke A und von geht's los! Das machen wir mal noch, ne? Wir bleiben erstmal hier! Geh doch mal die Auditor rein! Und ja, wir sehen hier! Nichts! Wenn du auf den Stuhl setzt, da hin hocken! Und, ne? Das war doch schon! So, ich würd sagen, ähm, ich speichere mal das Spiel hier zwischen. Wird gespeichert! Wird gespeichert! Und würde sagen, das war's für diesen Part hier! Und, sehen uns dann bei Part 2 im Wüstenland wieder! Ähm, ne, eigentlich noch im Kaskadenland! Also, im Part... Na gut, im Part 2 werden wir dann ins Wüstenland reisen! Und dort hat uns durcharbeiten, Stück für Stück! Aber der Part 2 wird definitiv nicht so lang wie der jetzige Part! Ich mein, wir sind jetzt bei Part 1 schon bei einer ganzen Stunde! Äh, ne, nach Stunde! Bei einer ganzen halben Stunde und ein paar Sekunden mehr! Ja, ich würd sagen, das soll's, äh, dieses Part gewesen sein! Und das war's für diesen Part! Und in deinem Kaskaden-Metakodalat! Bis dann! Ciao!